Grüß nach Roto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins zu Part 151 und jetzt machen wir da auch weiter prüfen das Sookbeck Ja, hm So Wow, geil 40, warte mal Du brauchst erstmal Level 40 dafür, oder was? Prüfen das Sookbeck, Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Mann Oh Mann Okay, auf, Ausrüstung kurz Schneck kurz mal Ah, Entschuldigung, hab ich das denn gemacht? Ah, Entschuldigung, hab ich das denn gemacht? Ja Äh, eigentlich ist das gleich Ah, komm, ich nehm jetzt den an, dass wir jetzt noch haben, dass wir ruhig haben müssen Aber wenn ich jetzt die Schwerter und das schon ausgetauscht habe, dann tausche ich das Schild auch nochmal aus Die Bögen lasse ich so wie sie sind, die habe ich auch erst ausgetauscht Und dann werde ich da auch nichts mehr austauschen bei den Bögen, guck mal Weil das sind nämlich schon super Bögen, deswegen Außer wenn es jetzt wieder neue Bögen gibt hier Das ist doch momentan, ist das Ne Naja, deswegen baile ich die auch Oh Gott Quest Warum müssen die alle über 40 sein verflucht? Könnt ihr? Warte mal, eigentlich müsste es zu schaffen sein, weil ich hab eigentlich Ja Eigentlich müsste es gehen Ich mach jetzt das mal, weil eigentlich müsste es gehen, weil ich hab 36, 7, 8 Ja, ich weiß, empfohlen ist es Stufe 40, aber trotzdem Aber ich probier das jetzt aus mal, ich will mal wissen, was das jetzt ist Ob ich den überhaupt klein kriege Ich will wissen, ob ich den Typ damit klein kriege gleich Äh, warte mal, wo ist das überhaupt? Sag mal Ich hab ja keine Lust, so weit zu reiten, Alter Ich verrasch mich doch gerade, wo ist denn das jetzt? Mhm Was ist hier drüben? Okay, mach mal so Okay, muss mal hinreiten, gibt's nichts zu sagen Dann können wir jetzt gleich ein neues Äh, neues Ländchen danach Wir holen nichts noch so richtig aus, das zu mal hier Okay Ja, solche Aufgaben, die kommen dann halt, solche Prüfungen kommen auch im Zoom und rein, aber ich find's gut Na scheiß drauf Oh Aus dem Weg Was soll das denn werden? Magi Aaaaah Denk den Gegner ab, ich mach weiter Okay Okay So, dann komm mal her, Freundchen Was willst du dann? Komm mal her, Freundchen Wow Andere Richtung, Alter Was mach ich denn hier für den Mist? Jetzt blöck doch mal stehen, du Zigeuner Na, warte, Freundchen Jetzt reicht's Los, gemeinsam Alter, jetzt Ey, du bist so ein feiges Weißt du das? Du bist so ein feiges Weißt du das? Du bist so ein feiges Weißt du das? Das ist ja solche Feigenschweine, Alter Du bist so ein feiges Schwein, weißt du das? Hä, ist das eine feige Sau, Alter, ey Ohne Witz Ich raff's echt nicht Das ist so ein feiges Schwein, ey Wirklich Jetzt Wir sind eine Mauer Boah, du mag es Alter Du weißt schon, dass du ein feiger Penner bist, Alter Feiger Idiot Boah, jetzt nervt mich doch mal alle nett hier Jetzt hau doch mal ab hier, ihr Penner Boah Ja, klar, ey Ey, wisst ihr was ihr für, ihr, ihr seid, wisst ihr, dass ihr Wichser seid? Ihr wisst schon, dass ihr Hurensöhne seid, wisst ihr das? Sorry Leute, tut mir leid, der fehlt, es tut mir gerade leid, aber ich bin stärker als die Aber wenn die an alle Ankeretten kommen, die haben Dreckspferd Dann meinen die echt, die sind echt Ey Den Dreckspferd meinen die, die haben Dreckspferden, meinen die jetzt gerade wieder Die werden echt was Besseres hier Dass die mich hier echt kriegen können mit ihren Dreckspferden hier Scheiß Penner Echt Der andere haut ab wie eine feige Sau Sorry, dass ihr euch den scheiß Feld angucken müsst, sorry, wirklich, das tut mir leid Aber wenn das, das ist unfair, so viel gegen einen, das ist echt unfair Echt So viel Dreckspack auf einmal Gehen auf einen los Komm, haut ab Das ganze Dreckspack geht hier auf einen los Und du hast dann keine Du hast keine richtige Chance, weil das Dreckspack hier auf dich los geht wieder Das ist unfair, finde ich Und äh, was das richtig der Unfaire ist, der andere Wichser, der verpisst sich die ganze Zeit wie ein feiges Stück Scheiße Kämpft nicht mal richtig Und dann könnt ihr, dann kommt die anderen Idioten an und dann schießen die Panne auf einen Ey, das ist unfair, finde ich wirklich Das finde ich unfair, echt wirklich Und deswegen haben die auch gewonnen, die Arschlöcher, weil die so unfair kämpfen Die kleinen Pissköpfe Das finde ich bisschen, und das finde ich unfair, wirklich Oh Mann, ey Oh Mann, ey Warum muss das immer stehen bleiben, kann es nicht einfach mal hier runterkommen, einfach Ey Sorry Leute, aber das ist einfach so, das ist gerade ausrast gerade, aber das ist einfach so Sowas Unfaires auf einen Haufen, habe ich noch nicht gesehen, ey Und da einer sich ja verpisst wie ein feiges Schwein Und dann kommen die anderen gleich mit ihren Dreckspferden an und bombardieren einen da noch Das ist unfair einfach, das ist unfair einfach Du hast bei sowas echt keine richtige Chance, weil es unfair ist Wenn du dann von jeder Seite beschossen wirst und dann, ey Was ist denn das schon wieder? Okay, ich gehe kurz hier runter mal, weil ich kurz da hochgehe und mach den Äh, mach gleich, wenn ich hier vorbeikomme, gleich den Turm frei So, mach ich hier nämlich gleich erstmal als erstes den Turm frei Den Aussichtspunkt hier, besser gesagt, wenn ich das so auf gut Deutsch haben will So, komm schon bei Nein, du sollst doch nicht da runterhüpfen, Mann Jetzt bleib aber drauf, danke Jetzt Aussichtspunkt frei machen Nein, ich nehme so viel Aussichtspunkte, wie es geht mit, ist klar Ich werde versuchen, hier so viel Aussichtspunkte mitzunehmen, wie es geht Das mache ich auf jeden Fall, das ist klar, weil, guck mal Ähm Das ist einfach am Ende dann nur blöd für mich dann halt Weil es gibt hier so viel zu tun und so viel Aussichtspunkte in dem Spiel In dem Spiel hier Gell? Dass du echt nicht weißt, was du da, oder wie du da was machen sollst Das ist ja die Sache grad einfach So, jetzt sind wir nicht zu dem richtigen Weg Boah, die Wüste ist geil Hier mal durch die Wüste zu reiten, das ist ja echt genial Ja, ich kann's ja mal probieren, ich hab 36, ich hab ein 37 Oh Gott, dann werden noch zwei fehlen, dann müsste ich eigentlich bald eigentlich auch die 40 eigentlich schaffen können damit So, deswegen guck ich das jetzt mal Eigentlich müsste ich da gerade mit fast so weit damit sein, einfach Boah Ah Du musst gar nix, Alter Wo ist denn du? Ach, da oben Komme Ich bring dich um Aha, umbringen willst du mich, dann komm mal her, Alter Dann hau ab, Alter Was willst du mich umbringen? Penner Verdammter Hornox, Alter Ich sei mal daran schulern, die Sturzung grad eben Ich hätte auch mal ne Pfeile benutzen können, klar, aber Ah, 1717 Ah, ich benutze erstmal nur mal die Waffe Hm Äh, ich guck kurz mal kurz was schnell Ausrüstung hier Äh, das ist dann 34 Haben wir hier nochmal was mit 4? Äh, 30, ne Oh, hier haben wir schon einer mit 36 Warte mal, was hat das? So Hier ein 30, das war sicher Was hat das, was ich hab grad, wie viel hat das? 340 Äh, okay Das hat dann hier 36 plus 4 So Gut Dann mach ich's jetzt, lass ich das jetzt so stehen wie es ist Wechsle jetzt nicht mehr aus Kämpfe erstmal mit dem, was ich hier habe Danach wechsle ich auf das andere rüber Und kämpfe dann weiter mit dem Und dann switch ich immer ein bisschen hinter den Waffen zu ein bisschen hin und her nach dem Waffen zu her ein bisschen Natürlich werde ich die Rolle aufwursten die ganzen Dinge, was es so gibt, natürlich, klar So, endlich gleich wieder ein Ziel ist Hm So, gut Dann Ach oh oh hm hm dann beende ich jetzt hier den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, also bis gleich